Das war die Klinik. Guck mal, diese Schränke sind alle drin. Hier zum Beispiel auch Klimaanlage. Die werden ganz auseinandergenommen und die setzen die wieder zusammen. Kommt mit. Und hier wäre so längst wieder der dritte. Das sind im Grunde immer wie Bausteine. Guck, das wäre zum Beispiel ganz super als Klinik. Das wäre ein Aufwachraum. Hier kann man Türen reinsetzen, wie man auch immer will. Ja, das ist jetzt ein Dunkelraum, aber da kann man zum Beispiel Türen reinsetzen, Fenster reinsetzen. Die Wände kannst du immer so setzen, wie du sie haben willst. Und das ist ein Container. Das und das? Zwei. Das sind zwei Container. Ja, und jetzt wir planen. Aber du kennst den Preis. Du kennst den Preis. Du kennst den Preis. Ja, ich hoffe, dass das nicht verändert. Ich denke, bei 10.000. Ich weiß, dass es über 10.000. Ja. Ja. Ich bin nicht sicher. Wenn du etwas möchtest. Wenn du etwas möchtest. Ja, genau. 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 Aber das Bewegung und alles. Wir haben bereits gesprochen. Ja, das ist das gleiche. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Fast das ist wirklich gut für uns. Ja, genau. Ja, es beträgt auf dem, wie Sie es wollen. Ja, genau. Ja. So wie gesagt, ja. Es ist eine �inne. Und das ist sehr wichtig. Ja. Und das? Boat und das? Ja. Alle diesen Herstellungen. Ja. Ich so. Ja. Wo gehst du, wo gehst du? Far away from here? Well, up on Akrotil. But you have to fix something a base down there. Yes, I know, I know. But it's my ground. It is 7000 square meters. So, und dann gucken wir da nochmal. Oh, it's okay. It's okay. I'm afraid. No, I'm afraid of you. It's defined, yeah. It's okay, this one. I thought maybe you want the help. Yes. To see from here. Only to look over it. Okay. Is good, ne? Ja, sehr gut. I mean, auch eine Dusche stehen lassen macht auch Sinn, weil gut muss man ja auch mal waschen und so. Ja, cool, macht schon Sinn, ne? Und das heißt Wasser draußen, there are water supplies. We have to put it out here. Because you don't need the service. Well, if you don't. Ja. If you leave. Gute Sache halt um Infrastruktur zu schaffen. Okay. Okay. Okay.